Yo Leute, was geht ab? Max Moreno am Start und heute spiele ich gegen Partypart drei Minispiele. Als erstes machen wir Rückwärts-Saltos und gucken wer mehr Rückwärts-Saltos schafft. Als zweites laufen wir ein Mini-Parcours und gucken wer den Parcours als erster beendet und als drittes und letztes Spiel. Bis wir Caps von einer Seite auf die andere Seite rüberbringen mit einer riesigen Schaukel. Yo Leute, ich hoffe euch gefällt das Video. Bis gleich. Ja, ich schätze, ich schätze. Auf die Plätze, fertig, los. Ich schätze, ich schätze, ich schätze, ich schätze. Ich schätze, ich schätze. Ich schätze, ich schätze, ich schätze, ich schätze. Ich schätze, 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 ich schätze Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020